ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich war am wochenende also letztes wochenende mit dem fotokollegen dem jürgen mal wieder unterwegs und zwar waren wir im crefellert so vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere bild gesehen bei instagram flicker oder 500pix ich möchte jetzt mit euch zusammen zum einen noch mal meinen neuen workflow zeigen und zum anderen mit euch halt zusammen mal drei bilder oder so bearbeiten deswegen würde ich sagen wir gehen mal runter auf dem desktop und dann zeige ich euch das mal ja also das sind jetzt hier die bilder ich habe schon einiges bearbeitet halt dann soll ich ja mal so zeigen wohl gehen wir mal die bibliothek und dann machen wir das ganze mal groß hier ja also einige bilder habe ich schon bearbeitet das seht ihr halt wenn die etwas dunkler sind also es sind schon einige bilder und es sind hier jetzt nicht alle sind noch ein paar mehr gewesen aber darum sollte jetzt nicht gehen ich würde sagen das bild nehmen wir hier entwickeln wir wollen nicht ich mache also das jetzt komplett anders also ich gehe direkt von hier von lightroom rüber nach photoshop zuvor habe ich das natürlich alles mit fast raw viewer sortiert und ausgewählt was ich brauche was nicht so als allererstes erstelle ich hier eine neue ebene die dann hier direkt in camera filter rein macht dann hier meine anpassung erstmal immer automatisch dann nehme ich den kontrast raus und dynamik und sättigung nehme ich raus und dann schaue ich mir das bild noch mal an und was war da gegebenenfalls noch ändern müssen und zwar würde ich sagen die noch ein bisschen tiefen noch mal ein kleines stückchen nach oben belichtung haben auch noch ein bisschen platz sieht man noch ein klein wenig höher lichter dafür noch mal ein bisschen weiter runter schwarz machen wir erstmal zurück und so gefällt mir das erst mal oder schicken wir dann nach photoshop zurück als nächstes werden wir die neues starten da nehme ich die standard einstellungen weil da ist eigentlich immer recht gut also so viel neues haben wir jetzt hier ähnlich was auch so ein bisschen akzeptieren und dann noch eine neue ebene dann gehen wir nach schaben da werde ich jetzt erst mal das auf 50 prozent setzen dann die vierfach ansicht klein wenig verschieben damit man ein bisschen mehr sehen also standard ist auf jeden fall viel zu viel das ist auch so viel ich würde schon fast sagen autofokus nehmen wir so dann machen wir mal ein ganzer bildschirm und maskieren mal gucken ob der alles erfasst oder auch noch nacharbeiten müssen dauert jetzt ein momentchen so hat er jetzt dürfte gleich das hier auch da auch da müssen wir noch mal bearbeiten dann müssen wir hinzufügen nehmen wir mal einen relativ großen pinsel das ist eigentlich von einem anderen vogel der dahinter sitzt das brauchen wir eigentlich nicht nein das war falsch nehmen wir hier auch wieder raus weil den brauchen wir hier nicht so jetzt hinzufügen ein bisschen drüber aber das passt so passt das update kurz warten so vorher nachher viel ändert sich da nicht gehen wir noch mal ein bisschen näher ran noch mal 50 prozent da ist nur minimal ja aber ich würde sagen also das machen wir hier natürlich noch mal an und ist dann viel zu viel das sieht dann schon gar nicht mehr schön aus gehen wir mal motion blur normal das ist auch viel zu viel gehen wir mal auf 20 runter das ist auch viel zu viel dann schauen wir uns mal tonsoft an das sieht schon besser aus ja das sieht schon wesentlich besser aus machen wir mal ganzes bild also der hauptteil den er hier macht ist halt nur dieser bereich hier diesen bereich hier macht das scharf noch mal noch mal motion blur da kommt oben auf zeichnung dazu aber das ist dann natürlich hier viel zu viel das ist dann die 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 da also gehen dann noch mal in Camera Raw rein. So, machen mal Motiv auswählen. Subtrahieren mit Pinsel. So ungefähr. So, dann werden wir ein bisschen die Tiefen noch anheben und die Lichter noch mal runterziehen. So ungefähr. Ein bisschen weiß dazu und schwarz noch mal schön. Das ist schon zu viel, dann saufen wir dann schon ab. Das muss man schon so lassen. Okay. Gut, dann vielleicht mal Himmel auswählen. Mal schauen, was er da auswählt. Der findet überhaupt kein Himmel. Gut. Dann sind wir da fertig. Dann gehen wir in Farbmischer. Und zwar Farbton. Mal gucken, was erkennt er denn hier. Machen wir das mal. Bisschen so ungefähr. Hier haben wir ein bisschen Grün. Können wir ja ein bisschen mehr ins Grün ziehen. Jetzt nehmen wir die Luminanz. So, dann leuchten soll das weniger. Genauso wie das. So, dann. Da machen wir ein bisschen mehr. Und Sättigung ziehen wir hier auch ein wenig hoch. So, das Auge halt auch. Und die Luminanz davon auch noch mal. Noch mal ein wenig. Das ist zu viel. So ungefähr. Gut, da gefällt mir das soweit schon mal ganz gut. Gut. Dann gehen wir noch mal. Die Gradationskurve. Mittel. Und die Grundeinstellung. Ich würde sagen, die Belichtung ziehen wir noch mal ein bisschen nach oben. Weil das da unten dann halt doch ein bisschen absäuft. Was säuft da genau ab? Da ist nur... Nur dieses Farbdingens. Keine Ahnung, wie man das jetzt wieder nennt. So, eine Vignette ziehen wir da rein. 20. Machen wir mal die weiche Kante. Mittelwert. Wären wir da mal ein bisschen konzentrieren aufs Gesicht. Und dann ziehen wir das auf. Ich würde sagen, so 35. Damit das noch mal ein bisschen hervorsticht. Ja, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Sagen wir okay. Ja, ich würde sagen, so können wir das fast lassen. Sollen wir nochmal ein bisschen rein. Das ist ja fast wie Farbrauschen. Sieht das aus. Durch die Schärfung. Gehen nochmal Filterkamera rein. Schauen wir nochmal ganz kurz. Und wo ist die Details da oben. Ne, da ist aber nichts. Da ist kein Farbrauschen. Das ist es nicht. Gut, dann können wir das so lassen. Gut, dann einmal zurück nach Lightroom. So, das Ganze können wir dann jetzt exportieren. Gut, dann hätten wir das fertig. So, dann schauen wir mal weiter. Das Zebra, das möchte ich jetzt noch nicht. Die Eule möchte ich nochmal bearbeiten. Also diese habe ich jetzt hier noch nicht. So, ich habe versucht im Zoo halt so drauf zu achten. Also, dass ich da halt keine Zäune und sowas mit reinnehme. Oder halt irgendwas, was darauf Hinweise gibt, dass das im Zoo ist. Aber immer kann man es natürlich nicht vermeiden. Deswegen schauen wir jetzt nochmal. Hier in dem Bild sieht man natürlich einen Zaun. Ja, also wie ihr seht, hier hinten ist natürlich ein Zaun erkennbar. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Aber wie gesagt, verhindern kann ich es leider nicht immer. Oder konnte ich es nicht immer. Wir versuchen da jetzt mal das Beste draus zu machen. So, erstmal wieder automatisch. Automatik stellen. Dann halt Kontrast raus. Und Dynamik raus. Und Sättigung raus. Sonsten Belichtung ziehen wir mal ein bisschen nach oben. Schwarz nehmen wir mal raus. Okay. Lassen wir erstmal so. Habe ich okay gedrückt? Ne, jetzt. So, dann. Als nächstes. Das übliche. Neues. Also der Hauptgrund ist jetzt, warum ich das so mache. Weil ich habe hier in Photoshop dann natürlich bessere Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten. Äh, Fehler und sowas aus dem Bild raus zu nehmen. Ähm, wie man jetzt hier auch eben irgendwo gesehen hat. Da zum Beispiel. Ja. Dann nehme ich das hier einfach. Die da kreist rum. Verschiebe das. Ja. Und damit ist das hier wesentlich einfacher machbar. als in, äh, Lightroom. Ja, so kann man den Dreck und sowas schön entfernen. So, jetzt gehen wir nach Charpen AI. Und halt der weitere Vorteil ist halt, äh, Lightroom, äh, wenn ich das irgendwo hinschicke. Nach Charpen oder die Noise oder sowas. Da erstellt er jedes mal eine neue Datei. Ja, und das fällt jetzt so natürlich weg. Dann machen wir mal so. Dass wir da alles im Bild haben, auch wenn er da am Schlafen ist. Also Standard sieht schon mal ziemlich gut aus. Motion Blur würde noch gehen, aber wir schauen uns mal Standard genauer an. Dann lassen wir erstmal 100%. Schauen wir mal, ob er hier noch was rauszieht. Ne, das ist jetzt schon ziemlich weiß alles. Gut, äh, dann mal wieder komplett. Und dann maskieren, damit er nicht wieder alles scharf macht. Und da müssen wir dann auch nochmal ran. So, ich würde sagen, die vorderen Steine, die können wir ruhig noch hier ein bisschen mitnehmen. Bis hier hin. Und hier den Ast noch ein bisschen. Oder Baumstamm. So, bis dahin kann er dort noch alles schön mitnehmen. So, vorher, nachher. Ach, also man sieht auch hier schön im Gesicht, dass da nochmal wieder ein bisschen Details rauskommen. Können wir so übernehmen. So, dann nochmal ein Kamerarohr. So, jetzt machen wir hier nochmal Motivauswahl. Ziehen hier nochmal die Lichter ein wenig runter. Gucken, ob da noch was kommt. Ja. Und weiß ein bisschen hoch. Ist okay. Okay. Dann. Rationskurve. Mittel. Klein wenig Dunst entfernen noch dazu. So. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da hinten das vielleicht irgendwie maskieren können. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz in Kamerarohr. Weil die Farbbearbeitung möchte ich noch gerne machen. So. Erstmal Farbton. Ein bisschen mehr. So. Hier hinten. Ziehen wir das ein bisschen raus. Dann Luminanz. Hier auch ein bisschen raus. Dann nimmt er das auch mit. So. Dann Sättigung. Ja. Weiß ist natürlich sowieso nichts machbar. Äh. Schauen wir mal, ob wir da was rauskriegen. Da. Zu viel darf ich dann natürlich nicht machen. So. Effekte. Vignette. 20. Weiche Kante. Rundheit kann man so lassen. Mittelpunkt. Entschuldigung. Was rum. So. Auf 40 setzen wir das. Ach. Mist. Ich vergesse immer die Hälfte. Eine Sache jetzt nochmal. Hier die Dynamik. Ein bisschen pushen. Auf 15. 10. So. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Man könnte jetzt hier das natürlich versuchen rauszunehmen. Obwohl wir machen das anders. Ähm. Machen das jetzt etwas anders. Nein. 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 Auszoomen hier. So weit wollte ich natürlich nicht. So. Und zwar. Ähm. Ziehen wir das hier oben weg. Und werden hier unten ein bisschen anbauen. So. Dann nehmen wir uns mal Quadratauswahl. Dings. Bums. Gedöns. Ganz minimal drüber. Überlappen. Und. Dann. Äh. Inhaltsbasiertes Füllen. Mal gucken was da draus macht. So. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Achso. Haben wir den Sound da oben weg. Schauen wir hier mal rein. Klar sieht man das ein bisschen. Na. Aber ich denke mal. So haben wir den Sound wunderbar entfernt. Na. Und. Haben da trotzdem noch. Ja. Okay. Hier ist auch natürlich noch ein bisschen Sound. Sehe ich gerade. Äh. Da. So. Dann ziehen wir hier wieder ein bisschen auf. Okay. Okay. Dann machen wir hier genau das gleiche. Ich gehe da halt jetzt den einfachen schnellen Weg. Mal gucken was er da macht. Oh. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt mal jetzt nochmal. Filter. Kamera. Und zwar. Machen wir jetzt hier. Lineare. Lineare. Ja. Ihr wisst was ich meine. So. Und die Belichtung hier mal rausziehen bisschen. So. Was habe ich. Wie viel habe ich da jetzt gemacht. Mach man. Mach man. 0,40 genau. Gut. Nächster. Mach mal auf der anderen Seite genauso. Und 40. Noch ein. So. Das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt hier nochmal in den Farbmischer. Und zwar. Äh. Sättigung. Ja. Natürlich jetzt. Blöde. Damit ziehen wir das natürlich da auch mit raus. Das grüne gefällt mir hier natürlich überhaupt nicht. Das gefällt mir hier nämlich nicht wirklich. Mh. Nöhm. Mal lasso. Zuck. Nöhm. Nöhm. Mal das so. Einfach rausbekommen. Sieht auf jeden Fall besser aus. Als vorher. Ja. Ich würde sogar sagen. Das fällt fast nicht auf. Ich denke mal so können wir das übernehmen. So haben wir den Zoo mehr oder weniger rausgenommen. So. Wie lange sind wir jetzt dran? Auch schon relativ lang. Ich würde sagen. Also ich würde sagen. Wir belassen es bei den zwei Bildern. Weil das wird sonst halt zu lang das Video und das gucken die Leute sich dann natürlich nicht an. Also würde ich sagen. Abonnieren. Liken. Teilen. Kommentieren. Daumen rauf. Daumen runter. Wie ihr möchtet. Wie gesagt. Abonnieren wäre echt toll. Weil. Äh. Es gucken sich doch mittlerweile schon einige Leute die Videos an. Und das würde mir natürlich sehr helfen. Auch mit Daumen rauf oder Daumen runter. Also von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Okay. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und bis bald.